Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, der Abend war wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute also ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus den MOP Szenarios und zwar haben wir da einmal große Schatzkiste und da brauche ich nur insgesamt 5 Items raus, 4 Umhänge und einmal ein Schwert und ich hoffe, dass ich jetzt mit den ganzen Monks, die ich mir jetzt wieder erstellt habe als Test-Chars, vielleicht mal das Schwert oder den ein oder anderen Int-Umhang rausbekommen und ja, ich würde sagen, wir schauen rein, 30 Stück machen wir auf und in der ersten Kiste haben wir schon mal einen Hals, den ich nicht brauche. Dann haben wir hier gar nichts drin, als nächstes haben wir hier natürlich noch einen Monk, der hat einen Kopf und nochmal einen Hals, okay. Dann haben wir hier als nächstes den nächsten Monk, diesmal einen Org-Monk, zumindest ein bisschen Variation bei den Rassen haben wir drin und was haben wir hier, einmal Handgelenke, dann haben wir den nächsten Monk und was haben wir da schönes, einmal Handgelenke und dann haben wir noch eine Brust, dann haben wir hier den nächsten Monk mit einem Stab, oh Mann, ich brauche doch ein Schwert hier und da haben wir nur Gold, dann haben wir hier noch einen untoten Monk, mal ein bisschen Abwechslung, oh Umhang, aber den habe ich schon, falscher Umhang, schade aber auch, das ist ein Aggie-Umhang, ne, da habe ich schon alle und das haben wir da, einmal Hände. So, dann haben wir den nächsten Monk, jetzt gucken wir mal rein, Kiste Nummer 1, haben wir einen Dolch drin, Nummer 2, haben wir einen Kopf, die brauche ich beide nicht. So, dann haben wir den nächsten Monk und was haben wir da schönes, einmal Schuhe, die brauche ich ebenfalls nicht und die Schultern habe ich auch schon. Dann haben wir hier noch einen Tauren-Monk und der hat einen Ring, zweites haben wir, nix, naja, schade. So, dann sind wir auf dem nächsten Monk, jetzt gucken wir mal rein und wir haben einmal nix drin und in der zweiten Kiste ist, ach, okay, das war eine komplette Nullnummer drin, gar nix. So, nächster Monk mit einem Ring, der bringt mir nix und hier, oh, ne Waffe, aber, oh, ich habe schon wieder eine Stangenwaffe, die ist letztens schon mal drin, ne. Ich brauche doch das Schwert, jetzt muss ich mal schauen, Lutzbeck ist Windwalker, ne, also das passt eigentlich. Und dann haben wir den nächsten, da haben wir was drin, einmal grüne Hände und Schultern, das bringt mir leider auch nix. Juti, nächster Monk und was haben wir schönes drin? Einmal Hände, okay, okay, okay. Dann haben wir noch einen Hals, das brauchen wir nicht. Okay, dann haben wir jetzt hier noch einen Org-Monk mit einem epischen Kopf, den brauche ich nicht. Komm, ich brauche einen Umhang und ein Schwert. Wieder nix. So, dann haben wir jetzt den letzten Monk noch, ich hoffe, da ist jetzt noch was drin. Hier haben wir einen Zandalari-Troll und ein episches Hand-Item haben wir. Und letzte Kiste, ah, Handgelenke. Gut, das waren jetzt wieder 30 Kisten, 30 Mal leider nix drin und ja, vielleicht wird es das nächste Mal was. Ich bleibe auf jeden Fall dran an der Geschichte. Habt euch gefällt, was ihr dabei wart. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao.